So, Alterac-Pass steht an. Indem wir zuletzt mal wieder zwei Helden gespielt haben, die nicht so oft von mir gespielt werden, könnten wir jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen Chromie spielen. Das würde sich anbieten. Wir gucken mal. Chromie würde sich anbieten. Hier. Chromie, Nasepo. Alles durchaus Möglichkeiten. Chromie ist gebufft worden. Für mich natürlich sehr, sehr nett. Wir brauchen einen Finisher. Den haben wir mit Tracer. Chromie habe ich jetzt in den letzten Runden nicht gesehen. Kann gut sein, dass sie jetzt auftaucht. Mal gucken. Auch im Gegend natürlich. Wenn sie gepickt wird, haben wir die Tracer. Das ist das ... Inkan. Es hat, they're gone. Kälter ist gut, Chromie wird nicht mehr kommen. Das könnte schwierig werden, da muss ich echt extrem aufpassen, darf ich nicht zu viel und zu lange machen. Aber selbst wenn ich jetzt Catwizard spiele, was eine Ausweichmöglichkeit wäre, Catwizard macht das mega gut mit Daggert Cain. Das Warten hat ein Ende. Jetzt wird's schwierig. Das wird schwierig, also wenn die Mai auf mich bekommt, dann haben wir ein dickes Problem. Ei, 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 ei. Okay, da muss ich ein extrem gutes Positionsspiel. Ich brauche ein extrem gutes Positionsspiel. Oh, der Boardwing kann natürlich Dingsbums verteilen, die Spellschelde. Uiuiuiuiui, das wird ein schwieriges Spiel. Okay, ultimative Herausforderung mit Chromie. Könnte ein absolutes Desasterspiel werden. Wenn die Mai gut ist, dann bin ich immer tot. Gut wie immer. Ich darf nicht zu offensiv agieren. Das wird eine ultimative Herausforderung mit Chromie. Zahn der Zeit ist ja gebufft worden. Macht statt 40% 50% das Sandecho. Ähm, auch hier Tiefluftholen ist gebufft worden. Rekonische Angriffe macht nicht mehr so viel Schaden. Aber ich glaube, ah hier, automatische Angriffe, da ist der Schaden erwähnt worden. 4, 3, 1. Ich bin nicht um 15%, ähm, um 15% ergerät worden. Ich bin gleich mal der Linken, schneller! Hoho! 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 Soho! ha 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 Ich bin nicht sicher, als man mir zutraut. Wählt ein Talent! Ich bin ein Talent! 25, wir haben die Hälfte schon mal. Ich höre, dass der Pint unsere Truppen als Geiseln genommen hat. Es wird Zeit, sie da rauszuholen. Ok, spielen wir halt defensiv? Gucken wir mal. Entscheidet euch für ein Talent. Es scheint mir beide Seiten bewachen, Gefangene. Lasst unsere nicht in ihre Hände fallen, während wir ihren Käfig einnehmen. War es nicht ganz, was sie hier tun. Fack. Fack. Es ist ein Talent. Ich muss es geben, dass sie hier auf die Hände bauten. Die Polizei ist richtig gut. Wir nehmen uns hier die Hände an. Und wir nicht gehen. Und danach từ Hände sind es zu können? Wir haben auch hier gefeiert. Der ist viel zu greedy. Nur eine Frage der Zeit, bis sie auf uns zustürmen. Das sieht gar nicht mal so gut aus. Mein Team sind irgendwie ganz schöne Pussys. Oh, wir erwarten es, ohne meine Erlaubnis zu sterben. Ja, mein Team sind echt Pussys. Der Diabo ist viel zu defensiv. Und jetzt geht er rein, wo er keine Lebensprobleme mehr hat. Das ist ziemlich dämlich. Aua. Neun Bonustreffer haben wir schon. Aber mein Team macht null Damage. Okay, das wird schwierig. 0,7 steht es bereits. Das ist sehr, sehr gut. Niemand widersteht dem eisigen Hauch des... Seht ihr, Wanderast? So kämpfen wahre Kriegers. Oder ist das das erste Mal? Our Tracer ist tot. Ja. Wählt euren Pfad. Es gibt noch so viel? Ein Rückzug ist erforderlich. Ich bin mächtiger, als man mir zutraut. Man braucht halt immer echt ein gutes Team. Sonst wird das nix. Ja, natürlich. Ich bin mächtiger, als wir uns um ein weiteres Gefängnis kümmern. Oh, die kommt da wohl nicht mehr weg. Und wie Level 10 holen, das ist echt ne Sauerei, dass ich das hier gerade machen muss. Ich bin mächtiger, als wir uns umgekehrt haben. Ja. Ja. Ja, na, 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 na dans le! Ja, na, na. Ja, na, na. Ich spiele das sehr, sehr gut. Doppel-Kill, Reifach-Kill, Stellt euch der Kraft der Horde! Schade. Das läuft mal gar nicht, weil wir auch null Damage haben. Es sind natürlich 4-13, wir verlieren halt einfach zu schnell. Die Fallsamler-Object ist der Stitch, das ist so ein bisschen das Problem gerade. Wir haben wirklich alles jetzt mitgenommen, was... Eines unserer Forst wurde zerstört! Überlasst ihnen unsere Forst nicht kampflos! Für die Geißel! Blut raus! Die dunkle Leere erwartet sie! Doppel-Kill! Ähm, tut mir schrecklich leid! Ja, natürlich! Das war der letzte Schlag, den ihr der Horde versetzt, Zwerg! Ich denke, wir sollten uns diese seltene Lage schnappen! Ich geh mal zurück! Ich brauch Mana! Ich muss weg! Das Landstimme ist natürlich wieder gekubelt, aber... Ja, ein gutes Land, aber um die Chromie hinten einfach wegzubumsen. Bis jetzt bin ich immer mit dem Leben davon gekommen. Ich bin ganz froh, dass ich trotzdem 12 Bonus-Treffer bekommen habe. Aber das funktioniert mit unserem Line-Up nicht so gut, weil die Sonja auch echt ein bisschen oft stirbt und nicht so wirklich zurande kommt. Ich habe noch mehr gefangene Truppen entdeckt! Stellt euch auf eine Befreiungsmission ein! Ja, die machen oben wahrscheinlich den Boss. Ja. Wir machen auch den kürzeren Weg bis nach oben. Ganz schön ätzend ist. Die Zeit ist gekommen! Befreien wir unsere Soldaten und ziehen wir der Horde das Fell über die Ohren! Hm, hab ich das nicht schon einmal gemacht? Ach ja, mach ich das, was ich nicht so do. Was denn ich nicht so? Ich glaube, kein Team aber es ist einfach nicht so. Ich weiß nicht wirklich nicht nur die Macht aus! Wenn ich nicht so richtig war, muss ich das was. Da ist doch wie es nicht so geil ist! Ich weiß nicht, wie es nicht so schlimm ist. Aber das ist nicht so wichtig! Ich weiß nicht, wie ich so schlimm finde ich. Sie weiß nicht im Hunder makers Shine. nein, ich weiß nicht. Ob das Rastk mata, wir abgekata- Ich bin mächtiger als man mir zerstört. Sehr gut Nein Oh Da hat er nicht aufgepasst Ja immerhin haben wir das verhindern können jetzt Aber jetzt können wir halt nicht rein ne Äh Unlucky Mega Unlucky Die haben echt ein gutes Diving Lineup Nicht schlecht, aber wenn wir das ja irgendwo noch gewinnen Dann haben wir Glück Zumindest ist da unten das Ding da bekommen Okay das geht da gleich hin Wir können da nichts machen Außer oben vielleicht was machen Genau Was oben zu kriegen Puh, haben wir in dem Team zumindest mal gewonnen Wir holen auf Ähm Wir werden danach den Zeitspalt spielen Oder Andohai Anomaly Ich glaube Andohai Anomaly ist sogar besser Gegen das Team Ah sie ist tot Okay damit ist die Sache auch gegessen Er wird auch sterben Tracer stirbt gegen Cat Da ist zu greedy gewesen die Tracer Eieieieieieie Etwas besseres hat ihr nicht drauf Lost Wölfe Das wird nicht ausreichen Andohai Anomaly ist heute deutlich besser Ja. Die Horde hat noch mehr unserer Truppen erwischt! Ihr wisst, was ihr zu tun habt! Oh weia! Ich kann unsere Streitkräfte ausmachen! Zieht los und holt sie da raus! Na! Jemanden wie euch hätte ich in Andorhal gebrauchen können! Moment! Hätte das nicht irgendwie schwieriger sein müssen? Oh nein! Ich bin spät dran! Ja? Ja? Ja! Ich kann das nicht ausmachen! Ah! Ja! 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 Und schon! Ja! 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 Diese Leiche könnte sich noch als nützlich erweisen. Wir müssen den Käfig beschützen, bis er offen ist. Haltet die Horde von ihm fern. Nein, ich bin spät dran. Es wird zu viel, in die Hand zu nehmen. Es wird zu viel, in die Hand zu nehmen. Ja, zeigen wir ihnen, wie die Sturmlanzen kämpfen. Die dunkle Leere. Nice, sehr gut. Die Tracer und die Kids. Auf da. Dann mal los. Oh, das ist natürlich jetzt bitter. Schön gemacht vom... ...vom Stitches. Damit können wir das natürlich jetzt vergessen. Wir haben alle Zeit... Es gibt noch so viel zu tun. Das ist natürlich bitter. Das kann uns jetzt das Spiel kosten. Unlucky. Noch mehr unserer Soldaten wurden eingesperrt. Holen wir sie nach Hause. Die haben auch den Boss gemacht. Sie werden Kiep verlieren. Wir werden wahrscheinlich auch Kiep verlieren. Festung ausgelöscht. Befreit unsere Soldaten und zeigt der Horde, was die Sturmlangsengase zu bieten hat. Okay, wir haben es defenden können. So. 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 NICE! Ben mit dem Spiel! NICE! Guter Diablo! Der Deck hat einen Punkt. Das war ein schweres Spiel für mich, weil Stitches, da musste ich ein bisschen passiver spielen. Und Maiev konnten sehr sehr ätzend für mich sein. Aber wir hatten Glück gehabt. Reicht das für Chromys Level 30? Gucken wir mal. Ooooooh! Jawoll! Chromi hat endlich die 30 erreicht. NICE! Wir kriegen Bonuspunkte, weil Gegner waren favorisiert. Also keine Minuspunkte mehr. Wir sind jetzt MMR-mäßig wahrscheinlich auf dem Niveau, wo wir gerade sind. Ich bin sehr zufrieden. Das sah im Early-Game ganz schön mies aus. Und im Late-Game haben wir das Spiel einfach so krass gewonnen. Tracer aufgestorben und hat trotzdem einige nette Kills geholt. Sehr aggressiv gespielt. Ähm... Ich hatte Glück, dass der Cataskar in Pyroblast gegangen ist. Ansonsten war das ein extrem schwieriges Spiel. Die hatten ein richtig gutes Early-Game. Ähm... Aber dann ist die Maiev ganz schön abgefallen. Ähm... Die war gefährlich. Die haben echt versucht zu Diven, aber es hat nicht so gut funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Und damit haben wir wieder ein Game gewonnen mit Chromie. Ähm... Ich bin sehr zufrieden. Mal reingucken, mit Chromies Win-Rate müsste inzwischen ganz schön... Naja, 50% haben wir inzwischen erreicht. Da bin ich sehr zufrieden mit. Ähm... In der Heldenliga. Nice. Gut, dann würde ich sagen, war's das. Und dann sehen wir uns zur nächsten Runde wieder. Danke fürs Zusehen. Tschöö!